Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Was erlaubst du dir? Moin aus Hamburg. Hier ist der Jan. Ja, und bevor ich, wie am Montag oder im letzten Podcast angekündigt, auf meine Bitte komme, möchte ich dir natürlich trotzdem vorher noch ein, zwei Impulse geben. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht über den Satz, was erlaubst du dir? Normalerweise ist das ja eher eine empörte Frage oder Aussage. Was erlauben sie sich? Und irgendwie, ja, irgendwie hat diese Frage, diese Empörung, weil irgendjemand aus irgendwelchen Gründen irgendeine Grenze überschritten hat, ja, die hat sich einen Weg in viele Köpfe gebahnt. Was erlauben sie sich? Welche Grenzen haben sie gerade überschritten? So was macht man ja nicht. Genau, man überschreitet keine Grenzen. Schon gar nicht hier in Deutschland. Denn oft sind Grenzen ja auch sehr sinnvoll, ne? Also, die rote Ampel zum Beispiel finde ich als Grenze toll. Ja, oder zum Beispiel eine illegale Eigentumsübertragung. Also, im Volksmund genannt, Klauen oder Diebstahl. Ja, also, viele Grenzen sind sinnvoll, damit wir alle in einem System friedlich zusammenleben können. Doch oft versetzen wir diese Grenzen auch in unsere Köpfe. Denn die Grenzen oder die Grenze, was du kannst und darfst, setzt du dir immer noch selber. Okay, ich gebe es zu, ja, viele Grenzen wurden uns durch die Erziehung und unser soziales System schon früh eingestampft. Ja, aber ich will dir mal was sagen. Du bist jetzt groß, quasi erwachsen. Sind die Grenzen in deinem Kopf denn noch sinnvoll für dich? Oder sind sie nicht sinnvoll? Und es gibt halt so Grenzen, die ja ganz häufig in unseren Köpfen drin sind. So was wie Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, mache bloß nichts Außergewöhnliches. Oder das ist doch alles bloße Theorie. Ja, oder dazu fehlt mir die Zeit, mir fehlt das Geld, mir fehlt die Begabung. Auch eine schöne Grenze ist, das ist grundsätzlich richtig, aber bei uns nicht anwendbar. Oder bei Menschen, ich bin es nicht wert. Die anderen werden über mich lachen. Was kennst du für Grenzen und eigene Totschlag-Argumente denn für dich? Und was kosten sie dich? Schreib sie doch mal auf. Und mach dir doch mal Gedanken, was du alles nicht machst. Verzeihung, jetzt habe ich einen Fosch, ja, also. Was du alles nicht tust, was du alles unterlässt, indem du dich beschränkst. Und schreib doch mal auf, immer, wenn du dich einschränkst, was denkst du dann? Was sagst du mit dir? Oder was sagst du zu dir besser, ja? Und frag dich doch auch mal, kannst du auch tun? Wobei hilft mir denn die Grenze? Vielleicht, damit du nicht enttäuscht wirst. Oder damit alles seinen gewohnten Gang geht. Das ist natürlich sicherer für dich. Doch weißt du, diese Sicherheit ist trügerisch. Das kann man gerade hier in Hamburg quasi live erleben. Also hier in Hamburg haben wir so roundabout 200.000 kleine und mittelständische Unternehmen. Ja, 0 bis 10 Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter. Und kaum eins wird die nächsten 10 Jahre gut überstehen. Die meisten von diesen Unternehmen, unter Unternehmern, sind froh, wenn sie ihre Rechnung bezahlen können. Dieser Mittelstandskahn, sage ich mal, fährt gerade auf einen Eisberg zu und die Kapelle spielt dabei ein Walzer. Überall höre ich die gleichen Grenzen. Oder du kannst es auch sagen, Ausreden. Wenn du Unternehmer bist oder dein Unternehmen, für das du arbeitest, noch nicht für die kommende Digitalisierung eingestellt ist, also wenn ihr nicht mal eine gute Website habt, dann gebe ich dir einen guten Tipp, such dir einen neuen Job. Denn wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das wusste schon mein Vater. Mein Vater war in Dortmund Steuerberater zu einer Zeit, als es, jetzt setz dich mal hin, das ist eine super Nachricht, als es noch keine richtigen Computer gab für alle. Ja, 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 das ist noch gar nicht so lange her. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass Steuerberater mit irgendwelchen Journalen und Listen alles handschriftlich gemacht haben. Lohnabrechnung und so weiter und so fort. Und dass da sogar die Schecks gedruckt worden sind für die Angestellten. Und mein Vater war einer der ersten Steuerberater in Dortmund, der sich Computer angelegt hat oder zugelegt hat. Junge waren das Dinger, also so richtig fette Dinger mit riesengroßen Disketten, wo heutzutage also nichts mehr drauf passt. Da würde kein Mensch mehr irgendwie mit arbeiten können. Und viele Steuerberater, die drumherum waren, sagten, ach, das brauchen wir nicht. Ja, diese Computer, diese Modeerscheinung, das brauchen wir nicht. Tja, und im Laufe der Zeit sind die, die gesagt haben, das brauchen wir nicht, die sich selbst diese Grenzen gesetzt haben, alle pleite gegangen. Und daran siehst du an dem Beispiel Digitalisierung, das ist wahrlich nicht neu. Das gibt es in jedem Jahr. Ja, und das ist eine der Geschichten, wo zum Beispiel Handwerksbetriebe in Hamburg oder auch, glaube, also ich kann mir das gut vorstellen, im restlichen Land so überhaupt nicht ihr Augenmerk drauflegen. Was sehr schade ist. Und warum ist das so? Weil sich so viele in ihren Grenzen wohlfühlen sich eingerichtet haben. Da hat man Zäune gebaut, da hat man Selbstschussanlagen, Wachtürme und ja, man lebt so schön in seinem eigenen kleinen Land. Was das geschichtlich auch macht, das kann man auch beobachten, das hat unsere Wiedervereinigung ja auch deutlich gemacht. Was aus einem Land wird, was sich abschottet. Kannst auch mal nach Korea gucken. Und daher machen einfach viele nur so vor sich hin und sie mauscheln und kommen gar nicht auf die Idee, zum Beispiel Kooperation zu machen. Das heißt, in diesen Momenten kommen sie nicht auf die Ideen zu wachsen, etwas Neues zu machen. Und darum geht es ja auch hier in dem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung. Auch wenn du nur in Anführungsstrichen Angestellter bist, ist es für dich und dein Leben doch echt die Pflicht mal zu gucken, wo arbeite ich? Welchen Arbeitsplatz habe ich? Ist meine Firma, für die ich arbeite, an sich für die Zukunft gut aufgestellt? Und ganz ehrlich, wenn sie das nicht ist, dann solltest du dir eine andere Firma suchen. Also, überleg dir mal, wenn du Unternehmer bist, überleg dir, wenn du Angestellter bist oder auch wenn du ein Mensch bist. Ja, also, es gibt ja auch ganz viele andere Menschen, die entweder nicht Unternehmer oder Angestellte sind. Was setzt du dir für Grenzen? Wo willst du nicht hingucken? Frag dich doch mal, welche Erlaubnis für dich hast du dir noch nicht gegeben? Schreib es auf und beschäftige dich mal damit. Es könnte dein Leben positiv verändern. So, und wie angekündigt, jetzt zur eigenen Sache. Also, Podcast an sich vorbei. Wenn du sagst, ich habe keine Lust auf die eigene Sache zu hören, kannst du jetzt ausmachen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du einfach noch kurz zuhörst. Ich habe in die Shownotes einen Link reingesetzt. Einen Link zu einer digitalen Möglichkeit mit mir in Kontakt zutreten. Das Ding heißt Speakpipe. Und da kannst du mir eine Sprachnachricht schicken. Und ich habe das jetzt so eingestellt, dass du auch tatsächlich nicht deine E-Mail-Adresse da lassen sollst, sondern da steht drin, schreib bitte deinen Namen rein. Wenn du nicht möchtest, dass dein Name drin schreibt, schreib Huber, Anton Huber oder wie auch immer da rein. Ja, und dort kannst du mir also quasi auch anonym gerne mal Nachrichten zukommen lassen. Wenn du Unternehmer bist oder du hast eine Webseite, du machst irgendwas, kannst du natürlich auch sagen, lieber Jan, nenne meine Webseite. Denn ich habe vor, in der nächsten Zeit immer in einem Podcast, den ich mache, auf deine Fragen einzugehen. Ich möchte gerne, dass du mitmachst. Ja, das ist so unter dem Motto und jetzt du. Denn ich schmore ja auch hier in meinem Saft. Klar, ich rede mit vielen Menschen und ich lese auch viel und ich mache meine Fortbildung und habe meine Coachings. Aber es gibt vielleicht Dinge, die sehe ich einfach nicht oder habe die noch nicht angesprochen. Und deswegen habe ich mir fünf Fragen ausgedacht. Die stehen auch bei der Speakpipe drin. Und ich setze sie auch noch mal hier in die Shownotes und zusätzlich nenne ich sie noch mal kurz hier. Und da würde ich mich wirklich freuen, wenn du mich unterstützt und wenn du mir Impulse gibst, damit ich meinen Podcast für dich noch besser machen kann. So, fünf Fragen. Die erste ist, ja, was bedeutet für dich als Unternehmer, Mitarbeiter oder Mensch Achtsamkeit? Das würde mich wirklich mal interessieren. Zweite Frage. Lebst du Achtsamkeit als Ganzes oder trennst du Beruf oder Privat? Drittens, möchtest du mehr über intrinsische Motivatoren erfahren? Da rede ich ja immer mal wieder drüber. Und vielleicht sagst du, hey Jan, mach mal einen Podcast darüber. Würde ich gern tun. Also wenn dich das interessiert, mache ich das. Oder vielleicht picke ich mir auch einzelne Themen raus und erkläre sie dir. Und mache mal so eine kleine Reihe. Ja, können wir alles machen. Viertens, soll ich noch mal auf einen bestimmten Podcast eingehen? Also soll ich noch mal auf eine bestimmte Podcast-Folge eingehen? Ich habe jetzt 178, 179, ich weiß es gerade gar nicht. Kann ja sein, dass du sagst, in Folge 25 war was Interessantes drin. Das habe ich so noch nicht verstanden. Oder da hätte ich gern noch mal was Näheres drüber. Dann sag das und ich mache es. Und das Fünfte, habe ich vielleicht ein Thema vergessen? Oder noch nicht angesprochen? Also irgendwas, wo du sagst, hey, da warte ich die ganze Zeit drauf. Schreib mir doch oder dort bei Speakpipe kannst du mir einfach eine Sprachnachricht kurz schicken. Ansonsten kannst du das natürlich auch per Mail oder du kannst mich anrufen. Und ja, ich freue mich darüber. Und ich freue mich darüber, dass ich dann mit dir zusammen den Podcast noch ein bisschen besser machen kann. Okay, so, das für heute. Ich sage, komm gut in den Freitag und sage bis dann. Der Jan.